Und drehe ein Video. Genau so ist es. Ich drehe jetzt hier Video. Sieht zwar ein bisschen aus wie hinterm Gefängnis, aber das liegt jetzt daran, dass ich jetzt nicht da reinkomme. Ah ja, das wollen wir jetzt nicht filmen. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stückchen hierher. Oh, die Jungs kommen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr schön. Jo, jetzt bin ich schon ganz nah dran. Bleib ruhig da. Bleib ruhig da. Jetzt sehe ich den Trainer gar nicht. Ah, da ist er. Ja, der versteckt sich hier immer. Jetzt habe ich ein Bild. Ja, siehst du, die Jungs müssen ja direkt was machen. Alter Schwede. Jo. Jo. Jetzt waren wir aber schon ganz nah dran. Jetzt kommen sie wieder. Die Jungs. Jo. Boah, ganz nah kommen sie jetzt. Ganz nah. Ich gehe jetzt aber hier dann noch in der'll. Jo, die Jungs, hm? Ja, ich'll wieder recht, schulter. Der locht. Der locht. Der locht immer. Hallo. 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 So, ich glaube, das war es jetzt hier. Jetzt verteilen sie sich alle. Ich schalte mal ab und nachher wieder ein.